Oh mein Gott, guck dich Prison an. Prison ist Party, aber bei uns ist irgendwie nix. Wie wärs, wenn wir hier gehen und dann Prison? Drei Vierer-Squads, Prison. Nur immer Waffen finden zum... Also ja, mein ich ja, wenn wir Waffen finden. Wieso find ich im Moment immer auch gerade an? Ja, gehen immer noch welche Prison runter, ne? Ich geh direkt ganz hoch hier im L-Haus. Ja, ja. Wieso find ich im Moment immer auch gerade an? Ja, gehen immer noch welche Prison runter, ne? Ich geh direkt ganz hoch hier im L-Haus. Ich geh direkt zwei hoch im L-Haus, ich fang oben an. Okay. Hat der noch eine SMG? Ich hab einen Suppressor dafür. Nein. Ich hab AK und SCAR. Okay. Ja, nur AK. Ich bräuchte ne Shotgun, wenn ihr eine findet. Die hab ich weggeworfen irgendwo, Alter. Ich hab meine auch weggeworfen, das ist ja in meinem Problem. Sieh schon, ihr müsst einfach mal wieder Daisy spielen. Nein. Nein. Das ist schon bei mir bei den... in der Steam Bibliothek unter den Tap-Shit-Games. Wobei die sich da wirklich einiges gepatcht haben. Das sieht jetzt zumindest ein ganzes Stück anders aus. Nur die Texturen sind immer noch matscher. Was interessiert mich das Aussehen, wenn das Spiel an sich selber scheißt? Das ist von dem Mechanics her. Weißt du? Das ist ja der Schwachsinn. Alter, wenn du in dem Spiel irgendwas... ...irgendwas geschlossen hast, dann sind wir da. Richtig. Erstens ist das. Und zweitens Fakt ist einfach... Irgendwann bringt es uns jetzt noch das zu zocken. Wo wir Daisy gezockt haben, gab's nicht großartig irgendwie so... ...so Battlegrounds oder sonst was, weißt du? Die ganzen Mods. Norden. Arma. King of the Hill gab's auch noch nicht großartig, oder? Ich glaub ein Moped ist direkt auf dem Weg auch noch. Es ist halt einfach... H1Z1 kann nach Daisy. Ja, und das ist auch schon lange her. Und da war's noch kein King of the Hill. Ja eben. Davor war die Mod, glaub ich, auf Arma 3 unterwegs. Ja. Eben. Und selbst das hat... Ich glaub es gab sogar eine Arma 2 Variante von Battle Royale. Aber die war nicht so populär. Richtig, das ist es nämlich. War nicht populär und wahrscheinlich auch nicht so bekannt halt. Dementsprechend. Ich mein... Was ist jetzt der Unterschied? Hier kriegst du halt schnell Loot, weißt du? Du kannst direkt in die Action gehen. Bei Daisy lootest du eine Stunde lang und dann plötzlich kommt einer an irgendeinem Wasser zu meiner Ecke, so ein Hacker, klaut dir dein Backpack und fliegt weg. Oh, und der Typ, der mich da... Oh nein, das war damals, dass es mir passiert. Dem... Bei dem Power of Pudding. Äh, ich hab'n Vermutung, dass das auf dem Wasser ist. Da musst du aber nicht ins Wasser fahren. Ich wollte nicht damit ins Wasser fahren. Da ist es, ja. Ich geh. Willst du schwimmen oder willst du irgendwie... Boot holen? Nein, da sterbe ich! Oh fuck! Oh, hier ist ein Dead. Alter. Wehe Tat. Ich seh' da Gegner am Wasser. In Richtung Süden. An nem Stein. An nem großen Stein am... ähm... Dings. Fuck, er ist nicht gejumpt. Gegner im Süden. Warte im Süden. Süden. Großer Stein am... am Dings. Achso. Am Strand. Der liegt da. Wollen wir drauf schießen? Okay. Bereit? Ausgenockt. Ich geh Vladdy holen. Wo ist Vladdy? Ja, du musst runter. Dafür. Ich weiß, ich weiß. Geht das denn? Man kann im Wasser reviven, ja. Dann komm ich dir zu dir mal. Seid ihr schon unten noch? Ihr seid schon unten. Kann ich nicht! Nein, du musst... Oh, warte doch, kann ich. Bleib stehen. Oh. Danke. Ich hab grad echt kurz gedacht so... Fuck, I'm too dead. Aber ich glaub, seine Teammates sind zu dem Boot geschwommen, wenn ich mich nicht ganz irre... Oh, die sind hingelaufen? Hm. Seid ihr zumindest beim Boot nix. Okay. Weil siehst irgendwas beim Drop? Nee, erst mal nicht. Mach mich auf den Weg. Ich weiß nicht ganz von der Zone gefickt werden. Boah, der ist jetzt ernsthaft dran. Aber du hast ihn ausgenockt nur, ne? Ja, ja. Du hast ihn ausgenockt. Ja. Der fährt noch. Oder? Ich schieße. Au. Die haben auch gute Scopes. Au. Au. Die haben auch gute Scopes. Außer Start. Guck, bist du wenigstens... Gibt's da Deckung bei dir? Oder bist du im offenen Feld? Hm, ich hab da einen kleinen Hügel. Die sind halt in der Stadt. Ich krieg da gerade ein bisschen runter. Versuch ich zumindest. Der hat den anderen auch im... Dings abgeworfen. Im Wasser. Wünscht mir Glück. Und was ist drin, Bladin? Der fliegt auch voll krumm, Alter. Guck dir das mal an. Ich kann's mal sehen. Ich krieg das... Als ob die den schon gelootet haben. What? Die haben den schon gelootet. Nein. Doch! Achso, du bist dran. Brauchst du noch ein paar Meter? Ja, ja. Alles gut, ich hab mir noch Zeit. Die scheinen noch mal zu pushen. Auf, schnell, 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 schnell. What? Warum? Bricht der ab? Ich hab Tab gedrückt. Bricht das einfach bei dir ab. Wenn ich Tab drücke, das wäre ein bisschen scheiße. Nein, nein. Das war bestimmt irgendwas anderem. Run, Boy. Alter, wie viele gerade außerhalb der Placing gestürmt sind. Ne, ich leg mich kurz hier hin und heil mich erstmal, bevor ich hier runne. Alter, leg dich hin. Ja, danke. Ich hab Angst. Die haben den Typen aber auch wiederbelebt am Stein. Ja, okay. Ja, bestimmt. Da flog ja auch eine Nate zu uns, Alter. Na, scheinbar haben die beim Prison ganz gut loot bekommen, wa? Ja, und die waren auch schon am Drop. Ja, guck mal, also. Ja, mit dem Boot. Wenn die dann ein Boot hatten. Also die, die gerade noch nicht geschossen haben, waren aus der Stadt. Die waren nicht. Mit Boden oben. Die Menschen brauchen wir jetzt nicht mehr. Können aus Südwesten die Häuser gehen. Wartet auf mich. Wir können auch hier ins Garagenhaus bei den Menschen gehen. Ja. Das können wir machen. Weil da nicht hier jemand drinnen sitzt. Guck mal, die Riechen, die wir laufen wollten, da wird geschossen. Ah, ich seh einen von hier. Ja, ich seh's auch gerade. Ich schieß nicht am Schalldäffer. Ich schieß auch einfach. Da liegt. Oha. Shit. Ja. Der Squad ist tot. Dahinter war noch ein Spot, ne? Ja, ja. Ich hab's gesehen, aber. Hat kurz auf die geschossen und sind weitergelaufen, wo ich ihm Schuss gegeben hab. Oh, so. Oh, Loot. Boom, boom, boom. Oh, shit. Ja, die nächste Zone ist schon da. Gut, dass wir nicht zu grün gelaufen sind. Habt ihr recht gehabt. Guck, Ben. Meine Fresse. Kannst du dich verlassen? Boi. Gott Gott. Wo läufst du lang? Bums mit Chilli. Sagst du morgens mit Chilli? Sag gleich doll and sweaty. Jetzt haben wir die erschossen und nicht mal Loot dafür gekriegt. Ja. Da kommen was gefahren. Hinter der Mansion. Nördlich, denk ich. Ja. Fährt im UAZ. Nach Nord-Osten. Warte, 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 sag Kambodscha. Warte, warte. Und Jodei ist. Ah, drop. Mmh. Spieler auf Westen. Äh, AirDrop auf 15. Den Haar. 200 Meter. Noch ein Spieler. 255 an dem Baum. Das sehe ich nicht. Jetzt sind wir im Roten Haus. Ah, es ist es ist es. Wer hoch zum nächsten Compound. Grün. Ja. Da ist gerade einer hochgerannt. Da ist noch einer richtig. Soll ich schießen? Ich kann vielleicht Stück. Soll ich? Ich hab Schein einfach. Probieren. Ne, warte, die sind gerade in Deckung gegangen. Ja. Ja. Wir wissen jetzt, dass von da aus Gegner kommt. War natürlich zu erwarten. Aber wir haben keine Wischen auf andere. Hier nördlichem Compound ist der UEC angehalten. Okay. Ja, ist klar. Das ist umgeschreckt. Unterhalb nehmen wir eine MK14. Ja. Die MK14 ist da drüben. Ich sehe einen Airdrop nicht mehr. Ach fuck, der ist echt der Hinterruck runter gegangen. Ich sehe einen Squad im Süden. Ganz am Kreisrand. Oh leih, wir sind auch drinnen. Das verlierst erst auf. Aber wenn wir jetzt im Kreisrand bleiben und in der nächsten Zone laufen. Ach so, binnen. Ich laufe. Ja, ja. Äh, 240. Springen welche. Hat mich angeschossen. Hab ihn ausgenockt. Da ist noch einer. Das sind drei Leute gewesen, die ich gesehen habe. Au. Die haben der MK14. Ich glaube der so genau schiebt. Alter. MK14. Ach das kommt wahrscheinlich. Ah, okay. Ich hatte zu einiges. Wo ist er hin? Ist er weiter gerannt? Ja, ja. Die laufen weiter. Da hinten läuft noch was. Äh, auf 200, was ist das? 240? 30 laufen zwei Leute. Wut? 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 Wut ist der Typ mit dem MK14? Die ganze Zeit? Wut? Wut ballert der denn? Wut? Wut? Was hab ich gesagt? Wut? Du musst nicht auf mich kurz knallen. Auf 30 ist noch einer. Bike lässt hier raus, bevor wir uns das komplett selber ficken. Ausgenockt. Da müssen noch mehr von oben kommen. wie der daumen geht alter direkt hinterm baum da auf nord-ost neben nord-ost der baum daher ist jetzt unser doch gleich so wow der ist nach osten mich ostenschösser oh lol das trolli troll troll ich würde ja gerne mitspielen aber ich sehe doch niemanden ich auch nicht aber ich will doch nicht mehr hoch werden wir doch eine leute sind immer noch dran ja jesus christ best zu leben aber wir kommen hier gleich nicht mehr auf südost tot süden drei leute süden ja dennoch drinnen ja ich bin noch keine ausschauen nicht mehr raus dass ich auf risiko gehen ich gehe auf risiko ich bleibe hier oben drinnen wieso du kommst überall noch raus mike weiß aber ich freue mich von der zone her ja natürlich auch so ich würde nur hier hinten die tür offen lassen schießen die auf euch ja ja die sitzen da richtung südenstraight kann die ganze bergkante drüber im osten noch einer mit einer k ausgenockt alter seht ihr die im süden die ganze zeit nicht ne außerhalb der zone oh ich glaube die haben noch gekillt ok die gucken die ganze zeit in mein fenster rein ich habe kein hell mehr schnauze ihr wollt keiner reden vinzen hält's maut oh fuck die gucken zu mir na fuck ich wollte sie flanken hat nicht geklappt die warten jetzt einfach in der zone auf euch ja ja ich weiß ihr müsst euch irgendwie raus bewegen hinten raus wahrscheinlich am besten au au hast du gerade deine waffe gewechselt ja ich heile mich gerade die ganze bandagen nur ich hab das ist risky er ist risky Da ist einer, direkt vor dir verladen, links Links Die am Boden Am Baum Rechts Ne, nicht so weit rechts am Baum Aber ist okay Jetzt direkt links von dir Keine Schocks gegen den Mark-14, Digga Mk-14 haut rein, Alter, holy shit Jeu Körbe Und erinnere sich aus dem Ding, der sie schon verodles Gentil